Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben Freitag, 21. Seit gestern ist ein weißes DLC, was man noch bezahlen kann draußen. Für den Runner, so ein Pad. Und das gehen wir uns jetzt holen. Irgendwo ist die Rocky und ich bin auch dabei. Euer Georg Graubut. Okay, jetzt muss ich den Kram wieder lauter machen, weil jetzt höre ich nichts mehr. Komisch. Ja, das weiß ich nicht. Eben hat es so rumgeschossen, das war so üppelst laut. Mhm. So. So, dann gehen wir auch nach vorne hin. Na, da ist er schon. Hä? Erstmal looten. Das sind bestimmt die Dinger im... Okay, komm. Oh. Ach, er war das? Lol. Ähm. Einfach nur ein Typ, der umgebracht werden musste. Also, einfach nur eine Drohne, die ist abgehauen. Äh, nee, hier ist auch noch. Wofür oder was? Zwei sogar. Der andere ist dahinter. Wui, alles klar. Ah, der hat's zerledert. Mhm. Da ist die Drohne. Mhm. Ah, da looten wir erst von den LKW. Und da ist der andere. Okay. Ist die Tür da verschlossen? Welcher? Ja. Achso, du bist da noch dran. Hier, der Gitter, äh, Dingsbums da, der Gitterpforte. Gitterpforte. Hier ist die Mission. Tür. Nee, bei mir, achso, da, das rote Ding. Das wird später angezeigt. Oh, hier sind noch Erste-Hilfe-Pads. Na, nix. Musst du die aktualisieren? Muss ich die machen? Keine Ahnung. Hast du jetzt genommen? Kannst du ja auch, ne? Für dich. Nee, ist schon weg. Das ist, hast du für alle. Mhm. Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Und von Carl Wieken? Wo ist der denn? Ah, hier ist... Hier sind zwei rote Dinger. Einmal ein Calabi und einmal ein St. Holmen. Diese roten... Euer, ähm, Untersturm, Divik. Ganz oben vom ersten Level. Ganz oben vom ersten Level. Da, wo ich bin. Ach, der... Was haben wir hier? Keine Ahnung, komm einfach raus. Danke. Oh, den hat's aber geledert. Warte, hier hinten war irgendwas Rotes. Konnte ich sehen. Ah, die sind da hinten. Im Osten. Ja, genau. Genau. Oh, hinter uns ist auch noch was. Was bist du denn für ein komischer Profi, Alter? Die haben jetzt, äh... Kannst du mich bitte wiederbeleben? Sehen die anders aus? Kannst du mich einfach wieder... Keine Ahnung, hast du wiederbeleben? Ja, ich bin auch dabei. Was ist der immer hier, der Herr? Hinter uns war auch irgendwas. Achso, wir haben ja noch die eine Quest mit Zerstöre-Fernseher. Jetzt? Willst du da den Fernseher suchen, oder? Ja, zum Beispiel. Kriegt man EP-Punkte für. Okay. Irgendwas guckt hier noch rum. Ich glaube, 30 Fernseher waren das, die man zerstören muss. Ist das ein Hund? Ja, ist ein Hund. Hört sich doch stark da noch rum. Ist das das Vieh, was im Haus festbackt, ne? Und sollen? Ja, ja. Das ist im Haus drin. Oh mein Gott, der schreckt mich doch nicht so! Ja. Okay. Kein F***er. Schade Marmelade. Äh? Was, hä? Ich sehe die ganze Zeit irgendwie dieses orangenen Radar. Ja, irgendwo Radar teilt einer rum. Der wird ja irgendwo in der Nähe rumäuern. Ja, ich höre ihn auch, aber... Ah! Wuhu! Gesprungen. Ich bin der Weihnachtsmann. Kann man hier reinhüpfen? Ah, der ist zu von oben. Schöne Rauchvergiftung. Hä? Irgendwo keckert hier einer rum. Ja, ja. Ah, oh! Wo war der? Ach! Der war in den komischen Sicherungskasten. Ah! Ist aber immer noch irgendwo ein, da ist mir warm. Ja, ja, wahrscheinlich ist er unter dem Haus. Wo wollen wir denn jetzt hin? Oh, zum roten Punkt. Achso. Irgendwo keckert hier einer rum. Ist mir aber jetzt auch egal, wo der ist. Der ist im Haus. Roter Punkt. Warum sehe ich den auf meinem Radar nicht? Ich bin mit Südwesten. Einfach nicht draußen entlang. Ähm, wie du hast hier. Oh. Sind wir jemals lang gelaufen? Jetzt zu dem Nora Holmen. Ah, nee, warte. Wir müssen ja eigentlich erstmal nach da. Also erstmal zurück nach die Weg. Die Eins, ne? Ja, ja. Das ist genau die andere Richtung. Ja. Sind ja mehrere rote Dinger da. Ja. Ja, das ist ein Walker. Hat mich gleich wieder umgehauen. Hä? Oh. Ich bin immer noch bewusstlos. Ich muss doch erstmal zu dir hinrennen. Noch einer? Ist jetzt nicht. Irgendwo läuft am Haus einer rum. Aber der ist ja egal. Kampf geflohen, ja. Was braucht man, um die Adrenalinspritzen zu machen? Paxton und dann wäre es das andere komische Völlefans Zeug. Benzin, 102 Tankszen. Ich suche nach Komponenten ab und über die Bunker. Okay. Kaffee-Maschine. Hier ist Automatik. Okay, habe ich schon. Ich habe einen Schlutzel gefunden. Nein. Hier kann man nicht beide Türen aufmachen. Hast du ja immer gesagt, beide Türen. Ja, weil es Platz sparender ist. Damit können wir mehr Leute reinsetzen und so. Muss man hier irgendwelche Waffen sammeln? Kannst du. Da liegen ganz viele rum. Ne, ob das eine Aufgabe ist. Richtig drauf geachtet. Ah, hier ist so scheiße aus. Ach, hier sind die Lufttanks. Lufttanks? Was meinst du damit? Also brennbare Sauerstofftanks oder... Ich weiß gar nicht, ist das Sauerstoff oder ist das eher Benzin? Benzo. Ja, so. Gasfraschen werden das wahrscheinlich sein. Ja, ja. Gasoline. Hey, der Steg erinnert mich wie am Anfang. Da kleben auch die Autos im Wasser. Ja. Ach, schade, kann man nicht rein. So. Dann zum Unterstuf Kirsche von Seidholmen. Seid, du hast da jetzt hier noch einmal die Funden. Ne. Dann beim Unterstuf nämlich direkt mal... leer machen. Okay. Ach, das war die... Da hat man ja nur draußen einmal das... Drop Recycling hast du da, ne? Ja, Recycling. Jo. Geht halt auch wieder richtig... Hier, Signalfackel mit Klebstoff und Holz. Das ist schon wieder richtig gut. Ja, nice. Ab in die Kirsche. Inventar leer machen. Ich würde das immer so weit auseinanderstellen müssen. Hm. 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 Ah, deswegen habe ich so viel im Inventar... Kanister? Nö. Munition vom 762. Ach so. Jetzt geht's wieder. Wirst du die Fahrradstation da bei dir, ne? Hm. Hm. Wirst du dir die Autos am leer machen? Ja. Dann pack dich mal auf dein Fahrrad. Oder dein Motorrad. Okay. Das ist die 1 wieder? Ja, ja. 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 B. 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 wahrscheinlich war ich wieder so ein billy bob joda na ja ja da war eben auch was auf der rechten seite nur das holz eingesammelt ja ist egal was was wo es ist das ist man am bunker von skarven das ist ja super war das nicht der der keinen strom hatte oder so irgendwie so da konnte man nicht nur nicht rein oder so das oder hier mit dem gas darüber ja aber der bunker mit dem gas ja das war ja die türen das ist kein interesse das zu looten also das ist jetzt gerade stumpf missionen machen wir wollten ja diesen begleiter und jetzt will ich den noch haben okay kein wunder dass er so gestresst ist ja ein ablenk oh meller pp doppelmagazin kompensator oh kupfer kupfer jetzt können wir von mir aus die andere seite looten hier kopf ist einfach nur eine geile krankenstation hier In der Küche ist nur eine Truhe. Hast du was umgeworfen, oder? Nö. Hab ich nicht. Geile Dusche, dass die überall immer Sprengmittel mit sich rumschleppen. Der Fernseher burnt. Das sieht doch geil aus. Nichts versteckt, schade. Boah, ist das am ruckeln hier. Läuft eigentlich ganz gut. Bist du schon runter? Okay, cool. Bei mir wurde gerade angezeigt mit dem Fall nach unten, dass du unten warst. Nee. Okay. Glocos. Ah, ich komm mir nicht durch. Brandpost. Duft, dass man die Türen immer zur selben Seite auch macht. Ja. Das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen Kacker. Am Ende des Flurs ist ein Klo. Wahrscheinlich haben wir drei Millionen Kisten wieder übersehen hier. Aber das ist mir dann auch ein bisschen egal. Geht's hier hin? Ja. 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 Das ist ein übelster Maschinenraum am Ende des Gangs. Hm. Ich muss ja irgendwo noch so eine Waffe rum vagabundieren. Keine Ahnung. Huch. Oh ja. Das ist jetzt wieder so ein bisschen grindy hier, ne? Dahil. Ja. Da können wir uns in der Flur immer 6 Millionen Schränke stehen haben. Ja. Dann kommen wir hin vor. Na ja. Weil das wirklich ergiebig war das jetzt hier auch nicht eigentlich. Ja. Der Maschinenraum und dann? Jetzt dann nicht mehr weiter runter, das war's. ja also anscheinend ist ja auch nichts mehr und dann wieder nach oben da waren ja noch andere türen unten oder hier oder was warte mal war das oben was ist das hier für eine so das ist der ausgang war die auch gesperrt das letzte mal weiß ich nicht aber eigentlich können wir so immer was der nächste untersturm bei dir ist links von unserer heimatbasis des widerstands dieses blaue eiken links von unserer basis du bist noch minken gereist hast du das minken was ist oben ach da am käse nee kaseberg keseberg hat ein hund gejault das wird auch irgendein hund rum ja stimmt korrekt guhli 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 mhm mhm ah kläfft schon wieder ein hund habe ich nicht kann lieber zwölf habe ich auch nicht ach ein foto lag hier noch auf dem tisch und man die punkte minken ich selber war doch nicht hier hattest du das freigeschaltet und durch ist irgendwas ein bisschen und da sind zwei und da sind zwei hast du okay okay hier geht's raus ihr hässlichen hast du umgebracht ist super irgendwo hängt hier noch tatsächlich einer von den rum aber das er will einfach nur sein begleiter haben ja ich will einen freund haben und auf einmal wird man total wie sagt man wenn man nicht strikt alles abläuft keine die wir erst mal einmal heilen dem bunker kenne ich tatsächlich nicht kann ich hier nicht einfach überspringen kannst du motorrad oder fahrrad oder so ok einfach den weg hier lang fahren und dann links mit nebelohren aber wie das hier weitergeht dann sehen wir in der nächsten folge bis dahin ciao ciao